Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus Köln vom ICE 1 von der Strecke Köln-Aachen. Ihr seht, hier ist schon ordentlich Verkehr unterwegs. Das hier ist ein Szenario, das... Ich gehe nochmal rein in den Führerstand. Ein Szenario, das meine gute Freundin Hanna geschrieben und veröffentlicht hat. Link dazu in der Videobeschreibung. Und das ist ein Szenario, das nicht einfach nur mit dem Ingame-Editor erstellt wurde, also mit dem Szenario-Planner. Sondern das wurde tatsächlich mit dem Editor geschrieben, mit dem PC-Editor. Deshalb ist das auch nur für die PCs möglich, dass dieses Szenario gespielt werden kann. Man muss da richtig nämlich eine Packdatei in den DLC-Ordner hinein verschieben. Also da steckt dann auf jeden Fall mehr dahinter als ein normales Creators-Club-Szenario. Dazu erzähle ich gleich ein bisschen mehr. Ich würde sagen, jetzt stehe ich erstmal auf, um noch ein bisschen aufzurüsten. Wir geben die AFB frei. Und die PZB und die LZB. Dann setzen wir uns wieder hin. Das passt soweit. Stellen die AFB mal auf... Sagen wir mal 40 zum Ausfahren. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann überschreiten wir keine Geschwindigkeitsbegrenzungen. Wir müssen noch warten bis 18 Uhr und drei Minuten. Führerstandsbeleuchtung können wir auf Lokführer-Pultbeleuchtung gehen. Spitzen-Signale lassen wir jetzt erstmal hier auf normal. So. Und Bremsschlüssel natürlich entriegeln. Ein bisschen reinbremsen. Fahrschalter bleibt auf aus. Und dann können wir mal ein Bild machen. Und dann kann ich ein bisschen was dazu erzählen, zu dem Szenario. Und zwar... Wo sind wir? Da sind wir. Ist das nämlich so, dass eben, wie gesagt, ein Szenario erstellt wurde, das mit dem Editor erstellt wurde. Und wir können jetzt mit ganz, ganz viel KI-Verkehr rechnen. Das tue ich zumindest. Und der Anfang war ja auch schon sehr vielversprechend. Uns wird vermutlich viel entgegenkommen an KI-Verkehr. Und ja, dementsprechend Link zu dem Szenario ist in der Videobeschreibung. Müsste jetzt veröffentlicht sein, wenn das Video hier rauskommt. Und ich glaube, es lohnt sich schon sehr. Allein, wenn wir uns hier mal umgucken, hier schon die Zugzielanzeigen, haben wir auch zum Beispiel... Hier steht jetzt, das ist der ICE 735 nach Aachen. Hier daneben der RE8 nach Mönchengladbach. Hier kommt jetzt erstmal nichts. Aber hier vorne zum Beispiel der ICE 2508 nach Passau. Hier nach Frankfurt der ICE 317 und so weiter und so fort. Der RE8 nach Koblenz, der hier vorne noch steht. Also wir haben hier ganz, ganz, ganz viel zusätzliche Details, die es sonst normalerweise nicht gibt. RW26 nach Köln, Messe Deutsch um 18.04. Müsste jetzt gleich also auch einfahren. Und all die Sachen, die gibt es halt hier in diesem Szenario. Dementsprechend würde ich sagen, würde ich euch vorschlagen, ladet euch das mal auf jeden Fall runter. Spielt es mal an. Ich glaube, es macht sehr, sehr viel Spaß. Mal gucken auf jeden Fall, wie das wird. Ich denke, wir werden sehr viel KI-Verkehr haben. Das ist der, ähm, das ist der besagte Zug, der jetzt nach Köln, Messe Deutsch fährt. Und wir können gleich die Türen schließen. Ja, sehr schön. Fahrgäste steigen ein und aus. In unserem IC-E1. Und dann würde ich sagen, können wir schon mal den Türstiegsbefehl geben. Lösen schon mal die Bremsen an. Und können jetzt komplett lösen. Fahrschalter in F-Stellung. Wir warten, bis die Fahrmotoren kommen. Und jetzt schalten wir langsam Leistung auf. Hervorragend. Ich glaube, wir dürfen sogar mit 60 ausfahren. Genau. Also befreien wir uns auch. Und stellen die AFB noch auf... 60. Und dann können wir direkt mal hier die Fernlichter anmachen. Ihr seht's. Die sind ultra krass. Aber ich finde es ehrlicherweise cooler, so zu fahren, als so. Also irgendwie finde ich das schöner. Klar ist das, glaube ich, für Fernlichter sehr, sehr, sehr viel. Aber das liegt halt einfach darin, dass wir eben diese krassen Scheinwerfer haben. Weil... Wobei, hier machen wir die mal ganz kurz aus, damit wir den Kollegen nicht komplett eine kostenlose Augenoperation geben. Das wollen wir nicht. Das liegt halt einfach darin, dass der ICE-E1 ja für Kassel-Würzburg kam. Und da eben die Lichtverhältnisse anders, beziehungsweise neu überarbeitet sind. Und Köln-Aachen hingegen ist halt eine Strecke mit den immer noch alten Lichtverhältnissen. Und dann ist es halt immer so, dass die Fahrzeuge mit den neuen Lichtverhältnissen auf den älteren Strecken halt eben diese krassen Lichter haben. Diese krassen Scheinwerfer haben. Und zwar den hier. Aber ich finde das jetzt, ehrlicherweise hier so in der Nacht zu fahren, finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Also klar, es ist glaube ich ein bisschen too much. Aber whatever. Ich finde es nicht so schlimm. Ich finde es tatsächlich cooler, so zu fahren. Deshalb lassen wir jetzt die Lichter einfach mal an auf Volllicht. Wir werden natürlich runterblenden, wenn uns Kollegen entgegenkommen. Wie gesagt, die wollen wir jetzt nicht erblinden lassen, denn der Mangel an Personal ist ja sowieso schon groß genug. Da müssen wir jetzt nicht noch zusätzlich beitragen. Aber ja. Wie gesagt, Link zu dem Szenario gibt es in der Videobeschreibung. Und da gerne mal runterladen. Könnt ihr euch kostenlos runterladen, ohne Anmeldung oder sonst was. Und wie gesagt, nur für den PC. So, wir einmal legen den AFP-Hebel nach vorne und den Fahrschalter können wir auch ein bisschen nach vorne legen. Also wie gesagt, es ist nur für den PC. Das geht nicht für die Konsolen. Und das Szenario muss man in den DLC-Ordner hinein verschieben. Also da, wo alle anderen DLCs halt eben auch sind. Da kommt eine 146, glaube ich, vorbei. Genau, mit Dostos. Also da, wo halt eben die ganzen anderen Mods auch sind, da muss man dann das Szenario hinein verschieben. Und dann findet man das Szenario nicht da, wo man die Creators Club-Szenarios findet, sondern eben da, wo man die In-Game-Szenarien auch findet. So, AFP ist jetzt auf 140, beziehungsweise die LZB auf 140 eingestellt. Wir haben aber in ungefähr zwei Kilometern Halt zu erwarten. Deshalb nehme ich mal ein bisschen die Leistung zurück. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke mal, es wird einiges an KI-Verkehr geben. Denn ansonsten hätte man das Szenario ja easy peasy. Wir blenden mal hier auch ab. Ansonsten hätte man ja das Szenario auch einfach mit dem In-Game-Szenario-Planner bauen können. Aber so kann man eben die Vorteile nutzen mit dem Editor, dass man da bestimmte Freiheiten hat, die man halt eben so ansonsten nicht hat. Ich denke, wir werden auch vielleicht die ein oder anderen Abstellgleise sehen, die halt eben auch entsprechend vollgemacht wurden mit Rollmaterial. Es wird auf jeden Fall einiges an Rollmaterial benötigt. Also ich habe jetzt gesehen, Köln-Aachen auf jeden Fall, das ist klar. Kassel-Würzburg wird benötigt. Ich denke mal, die 146 war aus der Main-Spessart-Bahn oder Dresden-Riesa. Die 425er, wobei, können wir eigentlich anlassen. Die 425er vermutlich aus Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Vielleicht aber auch Kassel-Würzburg. Bremen-Oldenburg. Wobei, ja, ja, weiß ich nicht. Und die 422er auf jeden Fall, aber auch aus Hauptstrecke Rhein-Ruhr, denke ich. So, Gefahrenleuchtmelder ist an. Also man braucht auf jeden Fall einiges an Strecken und Lock-DLCs und so. Wir können wieder beschleunigen. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall hier diese Nachtfahrt im Winter. Es ist gerade mal 18 Uhr. Und es ist halt eben schon dunkel. Wir haben heute den 8.10.2023. Ja, wobei ich glaube, Anfang Oktober ist es ehrlicherweise um 18 Uhr noch nicht so dunkel. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich glaube, das ist schon eher so November, wo es dann um 18 Uhr so dunkel ist. Gefahrenleuchtmelder ist wieder an. Und da kommt uns ein ICE 3 entgegen. Der wird wohl vermutlich von Kassel-Würzburg sein. Oder auch von Köln-Aachen. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, ob der einen grünen Streifen hatte oder nicht. Ich glaube, der hatte keinen grünen Streifen, ne? Dann wird es der aus Köln-Aachen gewesen sein. Denn alle anderen ICE 3er, die wir bekommen haben, hatten ja immer die Klimaschützer-Lackierung. Also München, Augsburg und Kassel-Würzburg. Wir haben auf jeden Fall, ich glaube, einen Güterzug vor unserer Nase. Deshalb müssen wir immer wieder runter beschleunigen. Und werden vermutlich erstmal nicht ganz auf die 200 kommen bis Düren. Aber schauen wir mal. Ne, da seht ihr es schon wieder, halt angekündigt. Und jetzt wird wieder runter gebremst. Wir haben ja tatsächlich jetzt hier eine Ankunftszeit angegeben. 18.23 Uhr. Mal gucken, ob wir das auch schaffen. Oder sollen wir doch vielleicht die, ähm, Fernlichter ausmachen. Aber dann sehen wir halt einfach gar nichts mehr, ne? Ist irgendwie zwar auch schön. Hm. Ich weiß es nicht. Nee, ganz ehrlich, ich fand es doch besser, wenn wir was sehen, als wenn wir einfach gar nichts sehen. Oh, hört jetzt aber doch wieder Lichter aus. Das ist halt eben auch die Sache. Dann sind eben die Kilometrierungstafeln so dermaßen überbelichtet, dass man, ähm, die halt leider dann auch nicht mehr so ganz erkennen kann. Und auch hier Gefahrenleuchtmelder ist wieder an. Wir bremsen runter. Aber solange der Gefahrenleuchtmelder nicht blinkt, habe ich mir sagen lassen, müssen wir da eigentlich nicht eingreifen, solange scheint das die LZB auch selbst ganz gut regulieren zu können. Ungefähre Fahrzeit ist, glaube ich, eine Stunde. Und ich muss sagen, bisher macht es sehr, sehr viel Spaß mit diesem ganzen, ähm, hin- und herbeschleunigen. Und, ähm, schon ordentlich KI-Verkehr bisher. Und sind ja jetzt doch schon einige Fahrzeuge entgegengekommen. Ein Güterzug fehlt noch. Der ist, glaube ich, vor unserer Nase. Mal gucken, ob uns auch einer entgegenkommt. Mal schauen, ob uns vielleicht ein Sonderzug oder sowas noch entgegenkommt. So, was haben wir da abgestellt? Aha, eine 185 von Railpool. Das sind so eben die schönen Sachen. Dann kann man eben mit dem Szenario-Planner dann eben solche, ähm, solche Abstellgleise auch vollstellen. Ich mache mal, ich nehme mal die Scheinwerfer auch hier wieder raus, weil wir gerade einen Bahnhof durchfahren. Uh, eine Baureihe 103 mit Intercity-Wagen. Soviel zum Thema Sonderzug. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr. Also, Koblenz-Mainz braucht man dafür auch, für dieses Szenario spielen zu können. Ich denke mal, man kann es auch theoretisch ohne die, ohne die entsprechenden Strecken spielen. Dann fehlt halt einfach der Zug. Aber ich glaube, das Szenario startet trotzdem. Glaube ich. Es kann aber auch sein, dass es einfach nicht startet, wenn man nicht das benötigte Rollmaterial hat. Ich denke, dass in der Szenario-Beschreibung auf der Webseite von Transom Community, dass da wohl aufgelistet sein wird, welche Payware dafür benötigt wird. Okay, halt zu erwarten. Müssen wir natürlich nicht bestätigen, weil wir in der LZB sind und das Signal ist jetzt gerade sowieso umgesprungen. Aber schön, auf jeden Fall zu sehen, dass die LZB hier macht, was sie machen soll. Ja, jetzt bremsen wir wieder und wir beschleunigen wieder, ist das die ganze Zeit ein Hin und Her aus Bremsen und Beschleunigen. Ich glaube, wir können ein bisschen die Leistung auch einfach rausnehmen, damit wir nicht ständig immer so schnell hin und her beschleunigen und bremsen müssen. Wenn wir unsere Durchschnittsgeschwindigkeit ein bisschen verringern, dann haben wir auch nicht immer dieses ganze Hin und Her. Ist auch, glaube ich, ganz schön, dann etwas verschleißfreier zu fahren. Wobei wir sowieso jetzt gerade, glaube ich, eh nur E-Bremskraft benutzen. Oder? Ja. Wir sehen auch hier, wir verbrauchen gerade 500 Ampere ungefähr Oberstrom. 15 kV im Netz drin. Fünf Bahnen der Hauptluftleitung. So, wir haben noch zwölf Kilometer bis Düren. Boah, wird knapp auf jeden Fall mit der Ankunftszeit. Bis zum nächsten Mal. Sehr schön. Da pflügen wir unseren Weg durch die Nacht. Herrlich. Haben wir eigentlich hier am Zug auch Zugziele? Nee. Gibt es doch noch irgendwo Displays oder nicht? Hm. So, was macht die LZB? Hat uns wieder einen Halt angekündigt in über drei Kilometern. Sieben Kilometer noch bis Düren. Ja, wobei doch, das könnte zeitlich hinkommen. Wir haben noch vier Minuten Zeit. Sieben Kilometer bei 130 kmh. Ich glaube, das ist machbar. Ich glaube, das ist machbar. Zumal wir jetzt noch mal ein bisschen beschleunigen können. Ich nehme noch mal ein bisschen mehr Leistung rein, damit wir schneller beschleunigen. schön hier unterm Sternenhimmel. Auch schön. Interessant auf jeden Fall, dass wir in Düren halten müssen. Ich weiß nicht, hält der ICE in echte Düren? Ist Düren ein Fernverkehrshalter? Anscheinend ja schon. Zumindest heute. Zumindest ist es das für den ICE 735. Steht sogar hier. Sehr, sehr cool. Ja, das ist das ICE 1 Enhancement Pack immer noch nicht da für den TSV4. Sonst hätten wir jetzt auch das GSMR hier bedienen können. Und auch die Zugnummer richtig eingeben können und so. bisschen mehr als 3 kmh und ein bisschen weniger als 3 Minuten Zeit. Also noch müssen wir nicht bremsen. Macht sowieso gerade die LZB für uns. Der Halt ist nämlich in ungefähr 2500 Metern. Also genau vermutlich hinter Düren. Uh, ein Autozug. Wir nehmen mal die Leistung komplett raus an dieser Stelle. Dann ist es vielleicht tatsächlich auch Zeit zu bremsen. Ja, das passt soweit ganz gut. So, ich löse nochmal die Bremse. Ja, es wird knapp. Bisschen mehr als eine Minute haben wir noch. Die LZB bremst uns zusätzlich auch. Ich hätte jetzt an dieser Stelle noch gar nicht reingebremst. Aber die LZB macht das jetzt. Da kann ich es jetzt auch nicht aufhalten. Aber wir sind dann, glaube ich, ganz, ganz gut mit 60 am Bahnsteigsanfang. Ja, das kriegen wir sehr gut hin. Sehr schön, 185 kommt vorbei. Kurzer Güterzug. So, da sind wir in Düren. Machen wir mal das Licht aus. Na, ich will noch nicht anhalten. Wir sollen auch noch ein bisschen weiterfahren. So, wir sollen ungefähr 20 Sekunden ankommen. Ja, noch ein bisschen Leistung. 5, 4, 3, 2, 1. Hervorragend. Türen auf. Und wir sollen in 2 Minuten anfahren. Was haben wir noch? Hier haben wir die S-Bahn nach Düren. Die fährt jetzt wieder zurück nach Hennef. Zurück? Fährt sie wirklich zurück? Doch, ja, ich glaube schon. Sehr schön. Hör, es klingt einfach so, als wenn es hier regnen würde. Warum? Warum klingt es im Inneren der 423 so, als ob es regnen würde? Das ist ja wild. Also, wie manche Bugs zustande kommen, ist mir einfach ein Rätsel. Das ist fast schon, das ist echt witzig eigentlich. Ja, so sieht es hier aus in Düren. Es hört sich ehrlicherweise aber auch an, als ob es regnen würde. Kann es sein, dass es regnet? Oh, es hat tatsächlich angefangen zu regnen. Kein Wunder, dass es so klingt, als ob es regnen würde, weil es einfach regnet. Ja, sehr smart, Train to play. Warum klingt das so, als wenn es regnen würde? Ja, weil es vielleicht regnet. Ja, das ist ein guter Call. Also, doch kein Bug, sondern einfach nur meine Unfähigkeit. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das Fernlicht weiter anlassen sollen, weil jetzt haben wir halt diesen Regen. Das sieht dann nicht mehr ganz so gut aus. Und ich hätte gerne irgendeine Stellung zwischen den hellen Spitzensignalen und normal. Irgendwas dazwischen wäre eigentlich perfekt. So, nächster und letzter halt ist Düren. Hm, also gar nichts sehen. Oder diese Schleier sehen. Da bin ich eher für die Schleier, ehrlicherweise. Theoretisch könnten wir mit der Godmode jetzt hier uns den Regen auch wegdenken. Weg. So, das war die LZB. LZB Ende wollte dort sich bestätigt wissen. Ganz vergessen ist ja hier die LZB endet. Dann können wir gar nicht mehr auf 200 beschleunigen. Das ist ja schade. Ja gut, also jetzt, wenn der Regen nicht mehr so gerade runterkommt, sondern praktisch hier in diesem Winkel, weil wir jetzt ja auch schneller fahren, dann finde ich, ist es gar nicht mal so schlimm mit den Regentropfen. Und so, mal schauen, wo die LZB endet und wo wir dann wieder selbst übernehmen müssen. So, da ist er auch schon. So, AFP auf 160 gestellt. Fahrschalter müssen wir, glaube ich, nochmal auf Ausstellen. So, Nullstellungszwang von der AFP ganz vergessen. Den gibt es ja auch noch. Und jetzt können wir Leistung aufschalten. Keine Ahnung, warum das rote LZB Dreieck noch da ist. Ich glaube, das müsste eigentlich weg sein, weil die LZB ist ja nicht mehr aktiv. So, dann fahren wir jetzt ab jetzt wieder mehr oder weniger auf eigene Sicht und nicht mehr auf Sicht der LZB hin. Das finde ich eigentlich ganz gelungen an der Strecke Köln-Aachen, dass nämlich so die Hälfte ist halt eben entspannt LZB geführt. Die andere Hälfte muss man aber noch ein bisschen selbst noch gucken. Das ist ja jetzt zum Beispiel bei München und Augsburg ein bisschen anders, wo ja, oder Kassel-Würzburg, wo ja, sorry, ich musste kurz gähnen, wo ja Kassel-Würzburg komplett LZB geführt ist. Und ich finde, das ist schon ein Unterschied. Regnet es eigentlich noch? Ja. Schon ein Unterschied, ob man eben gar nichts selbst machen muss, sondern sich einfach führen lassen kann. Oder ob man zumindest ein bisschen was machen kann. Oder was machen muss. Ein bisschen selbst auf die Signale noch achten muss. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So. Weiterhin Fahrt zu erwarten. Also ist jetzt keine Hochgeschwindigkeitsfahrt heute geworden. Das wird sie auch nicht mehr, weil wir jetzt nicht mehr schneller als 160 fahren werden für den restlichen Streckenabschnitt. Mehr darf man nämlich nicht fahren, wenn man nur von der PZB kontrolliert wird. Aber trotzdem bisher eine sehr, sehr angenehme und interessante Fahrt. Mit bisher sehr interessantem KI-Verkehr, der uns entgegengekommen ist. Also einiges an Güterzügen. Ein Sonderzug, Regionalverkehr. Einzelne Lok, die irgendwo abgestellt wurde, haben wir auch schon gesehen. Hier haben wir wieder einen, uh, eine 612. Und Doppeltraktion 185 mit gemischtem Güterzug. Also auch echt hier einiges Interessantes abgestellt. Beziehungsweise das hier so rumfährt. Mal hier diese Linkskurve rein. Hier merken wir auch die Kurvenüberführung ganz gut. Also das ist so im Grunde genommen das erste Mal hier auf diesem Kanal, wo wir etwas, was mit dem Editor erstellt wurde, uns genauer angeguckt haben. Meine ich. Naja und das ist halt jetzt hier ein Szenario und man sieht, man kann mit dem Editor nochmal Szenarien wirklich ganz, ganz anders bauen als mit dem Szenario Planner. Klar, der Szenario Planner hat auch was sehr Gutes an sich. Das funktioniert doch irgendwie ganz gut so. Gerade mit der überarbeiteten Version jetzt von TSV4. Aber mit dem Ingame Editor, mit dem offiziellen PC Editor kann man dann echt nochmal ein bisschen individueller an das Ganze rangehen. Man kann sich da Abstellgleise raussuchen. Man kann dort eigene Zugformationen viel besser glaube ich zusammenstellen. Im Szenario Editor, also in dem ganzen Malen Ingame Editor, kann man ja nur gewisse vorgegebene Formationen nutzen. Stand jetzt, solange wir noch nicht den Formations, den Consist Editor haben. Und dementsprechend kann man eben, wenn man am PC Editor das Ganze macht, da kann man sich selbst individuell glaube ich die Züge mehr oder weniger schon zusammenstellen. So, das sieht aus wie eine Geschwindigkeitsherabsetzung auf 120. Ich muss dafür ins Hard gucken, weil man kann eben die Zahlen nicht so gut lesen, wenn man das Volllicht hier anhat, das Fernlicht. So, 120 sind eingestellt in der AFB. Schön wäre, wenn es jetzt noch blitzen würde, ne? Ich glaube, da müssten wir uns vielleicht... Oh, den Nässegrad müssten wir vermutlich erhöhen. Das könnten wir einfach mal machen. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, oder? Nicht so wirklich. Machen wir jetzt einfach mal. Vielleicht blitzt das dann ein bisschen. Ah ne, ich habe den Niederschlag erhöht. Den wollte ich vielleicht nicht so krass erhöhen. Hier den Nässegrad, das wollte ich hoch machen. So, Bewölkungsgrad vielleicht auch. Macht eh keinen Unterschied. Also jetzt visuell, optisch. Genau, der Rest ist egal. So, das sind, glaube ich, die besten Voraussetzungen, um Blitze zu haben. Jetzt habe ich doch ins Wetter eingegriffen. Ich kann es nicht lassen. Oh, ähm, 110. So. Hier auf jeden Fall ein paar Güterwagen abgestellt. Jetzt hat der PZB sagt immer noch, dass wir frei fahren können. 612er. Hier auch mit Zugzielen. Bestimmt der, irgendein Regionalexpress, der nach Aachen fährt. Aber ich hätte mir vorgestellt, dass hier vielleicht ein paar Güterwagen abgestellt sein könnten. Aber das ist recht leer hier. Also, wie im Fahrplan. Ja, wir dürfen 140 fahren. So. 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 Ja, diese Lichtbögen entstehen, wenn zwischen Oberleitung und Pantograph eine Lücke entsteht. Und dann wird eben der Strom trotzdem, der fließt da halt eben dann trotzdem. Und das sehen wir dann in Form dieser Lichtbögen. So in 10 Minuten sollen wir da sein und haben nur noch 6 Kilometer. Klingt machbar ehrlicherweise. An dieser Stelle nochmal danke an Hannah, die mir vorab das Szenario bereits zur Verfügung gestellt hat, um es halt eben auszutesten und es bereits dann auch schon vorab aufzunehmen. Ich bin da immer ganz froh drum, die Sachen der Modding-Community zeigen zu können. Und dass ich, das ist alles, dass ich die alle meine Freunde nennen darf und Freundinnen. Da sind ein paar sehr, sehr, sehr talentiert und begabte Leute dabei. Und da bin ich immer für dankbar, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwas zu zeigen, was diese Leute da so machen. Ihr wisst, ich mache das ganz gerne. Mods vorstellen und so Zeugs. Und das ist immer eine tolle, tolle Sache. So wie im Halt zu erwarten. Schnell runter auf unter 85. Das ist erreicht. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir natürlich nicht über das Haltzeigende Signal hinausfahren. Was sehe ich da? 146er. Nach Nicht-Einsteigen. Talent 2. Und da vorne ist das Haltzeigende Signal. Dostos sind da abgestellt. Okay, wir dürfen fahren. Bevor ich beschleunige, passen wir natürlich auf, weil wir haben die 500 Hertz Beeinflussung. Und das wird jetzt wechseln in eine 1000 Hertz Beeinflussung. Okay, doch nicht. Interessant. Aber okay. Gut, dann nicht. Was dürfen wir fahren? Wir dürfen gleich nur noch 80 fahren. Dann stellen wir auch mal das hier auf 80. Das bestätigen wir natürlich. Und Ankündigung auf 40. Jetzt haben wir aber die 1000 Hertz Beeinflussung. Und wir bremsen runter auf physisch. Lassen wir mal rollen. so 40 sind erreicht die geld noch ab hier und wir haben weiterhin 40 angekündigt bestätigen wir genau 1000 hertz beeinflussung ich würde vielleicht der besseren sichtbarkeit halber den niederschlag ein bisschen zurückstellen hier niederschlag kann jetzt genug regen so einmal über die brücke okay interessant dass wir dieses gleis hier nehmen und nicht das rechte gleis und wir haben halt zu erwarten einmal leistung auf null gesetzt das bestätigen wir verkürzter bremsweg haben wir im kopf das hauptsignal wird sicher am ende des bahnsteigs stehen also wir hätten okay ja interessant dass wir auf jeden fall auf diesem gleis hier einfahren wo da ist aber interessant das zeug 146 sbb flirt und ein dosto was auch immer der sbb flirt da macht so hier ist der 1000 herz magnet 500 herz magnet entschuldigung wir halten ganz vorne vorsignal wiederholer wird auch bestätigt und dann halten wir da vorne und sind mehr als nur pünktlich hervorragend 9 turn auf herrlich sehr 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 schön eigentlich auch ein schönes bild oder ich kann meine kamera nicht bewerben doch sehr schön vielleicht fliegen wir einmal rüber zu der anderen seite des zugs würde mich auch mal interessieren vielleicht dass hier die seite im licht aber auch das auch irgendwie ein schönes bild hier auf jeden fall sehr 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 viel los auf jeden fall sehr geeignet für ein paar screenshots mache ich vielleicht gleich einfach off camera bitte nicht einsteigen oh ja die andere seite ist tatsächlich im licht vielleicht eine schöne perspektive so von unten also von der seite und wo ist der sbb flirt warum steht hier eigentlich einer rum wo ist er hin da was machst du denn hier hast du dich ein bisschen verfahren ne weiß auch nicht so genau der fahrdienstleiter wo das hingehen soll naja gut dann ich glaube mehr müssen wir nicht mehr machen genau nur noch die fahrsteige nicht die fahrsteige die fahrgäste aussteigen lassen die fahrsteige ausgästen lassen und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs zusehen wie gesagt link zu dem szenario in der video beschreibung und wir sehen uns beim nächsten mal alles gute alles liebe ciao ciao